Österreichs Almen und Weiden Österreichs Almen und Weiden locken jedes Jahr viele erholungssuchende und sportbegeisterte Menschen an. Dabei trifft man naturgemäß manchmal auch auf Weidetiere. Im Sommer werden vor allem Kuhherden von Bäuerinnen und Bauern auf die Almen und Weiden getrieben. Kühe sind neugierig, aber grundsätzlich nicht aggressiv. Wenn Sie sich bedroht fühlen oder Ihre Kälber dabei haben, ist aber Vorsicht geboten. Um gefährliche Zwischenfälle zu vermeiden, sind zehn einfache Regeln zu beachten. Kontakt zum Weidevieh vermeiden Tiere nicht füttern Eine Alm ist kein Streichel zu. Halten Sie vor allem Abstand zu Jungtieren. Ruhigverhalten Weidetieren nicht erschrecken In der Nähe von Weidevieh sollten Almbesucher nicht schreien, pfeifen oder hektische Bewegungen machen, die die Tiere reizen oder erschrecken könnten. Mutterkühe führen ihre Kälber mit sich und beschützen sie. Das ist ein natürlicher Instinkt. Nähern Sie sich den Jungtieren also nicht. Vor allem die Begegnung von Mutterkühen und Hunden sollte unbedingt vermieden werden. Wer Hunde auf Almen und Weiden mitnimmt, muss besonders vorsichtig sein. Denn Weidetiere sehen in Hunden natürliche Feinde und damit Bedrohung. Daher Hunde immer unter Kontrolle halten und an der kurzen Leine führen. Ist ein Angriff durch ein Weidetier abzusehen, leinen Sie Ihren Hund sofort ab. Hunde sind schneller als Menschen und können einem Angriff ausweichen, wenn sie rechtzeitig abgeleint werden. Wenn Sie eine Alm oder Weide überqueren, bleiben Sie nach Möglichkeit auf den markierten Wanderwegen. Falls Weidevieh den Weg versperrt, umgehen Sie die Herde mit möglichst großem Abstand. Gehen Sie auf keinen Fall durch eine Herde. Sollten Weidetiere auf Sie zukommen, bleiben Sie ruhig. Kehren Sie den Tieren nicht den Rücken zu und weichen Sie aus. Wirken die Tiere aufgeschreckt oder gereizt, sollten Sie die Weidefläche zügig verlassen. Zu den ersten Anzeichen von Unruhe gehören zum Beispiel Heben und Senken des Kopfes, Schnauben oder Scharren. Zäune sind zu beachten. Steigen Sie nicht darüber und schlüpfen Sie nicht hindurch. Falls es ein Tor gibt, darf es genutzt werden. Wichtig ist, das Tor anschließend wieder gut zu schliessen und die Alm oder Weide zügig zu queren. Alm- und Weideflächen werden unter erschwerten Bedingungen von Österreichs Bäuerinnen und Bauern bewirtschaftet. Begegnen Sie den hier arbeitenden Menschen, der Natur und den Tieren mit Respekt. Nur wenn auch in Zukunft Tiere aufgetrieben und die Almen bewirtschaftet werden, bleibt Österreichs einzigartige Kulturlandschaft gepflegt und frei zugänglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017